Oh, hier zu planen, das wird schön werden. Ja, es wird mehr Holz gebraucht. Wow, das hat es jetzt voll gebracht, da einmal im Kreis zu reiten. Schon unterwegs! Oh, eine Ruine. Alles klar! Die heimen wir uns gleich mal ein, die Ruine. Die wir ans Eisen kommen. Ja, hier ist halt die andere Seite. Hier müssten wir... Hier kommen wir auch nicht so leicht hin. So, mehr Holz muss her. 200 Gold aus der Ruine, das ist sehr schön. Das heißt, wir könnten eigentlich gleich mal dich ausbauen. Sofort! Oh, es gibt doch einen Weg hier durch, ja. Schon unterwegs! Ja, und ich konzentriere mich jetzt erstmal aufs Ausbauen der Stadt. Ja, und ich konzentriere mich jetzt erstmal aufs Ausbauen der Stadt. So, machen wir hier mal zu und... Ja, das Gebiet sollte ich auch einnehmen und dann hier zu machen. Da brauche ich gar nicht hier zu machen. Ah. Oh, die Idee. Oh, und hier unten dann auch nicht. Äh, ab hoch, ab hoch, ab hoch. Schon unterwegs! Alles klar! Schon unterwegs! Ja, das expandieren wird erstmal ein bisschen schwierig werden. Hier ist mehr als genug Freifläche, also hier eine Straße hinsetzen. Gärberei. Burg ausbauen. Gärberei. Also ja, die haben Räucherfisch, Wollklamotten und äh, Tiere für mich. Das wäre gut. Ne, ich sollte erstmal wirklich den Sektor hier einnehmen. Gärberei. Wie ihr wünscht. Gärberei. Das ist ja ein Sektor, oder? Ja, sieht aus wie ein Sektor. Ja, abgetrennt durch die Berge. Ist das hier? Ja, das ist ein separater Sektor hier unten. Also will ich den Sektor hier haben. dafür brauchen wir nur wieder mehr geld wahrscheinlich beim der sektor dürfte 300 kosten das geht ja noch und ja wie ich gesagt habe hier können wir dann zu machen am besten mit einer massiven mauer wir brauchen nicht mal ein tor oder doch wir werden ein tor errichten hier kriegen wir dann auf jeden fall eisen her ja das stein der steine bruch ist woanders hier kriegen wir auf jeden fall sehr viel eisen hier aber auch sehr viel anderes zeug beschleunigen wir das ganze mal ist das war nicht das geld erwünscht ich wollte hier draufklicken um eine messe abzuhalten okay dann sagen wir erstmal dafür dass wir landwucht werden so Das bringt auch nicht wirklich was. Habt Dank dafür, mir diesen Titel zu gewähren. Also, wie machen wir hier dicht? Ich könnte einfach wirklich... Nein. So, jetzt kann ich auf jeden Fall Besen machen... Auch ein Besen-Macher, einen Seifen-Macher errichten... Das ist übrigens auch praktisch, sehe ich gerade. Geh mal hier hoch, Tordal. Ich kann auch sehr einfach dieses Gebiet hier einnehmen... Und schützen. Hm. Ja. Würde sich auch anbieten. Weil von hier aus kannst du nicht da runter. Du kannst... Also müssen wir da nicht mal zumachen. Wo wir zumachen müssen, auf jeden Fall wäre ich hier. Das sollte ziemlich leicht gehen. So. Da ist zugemacht. So, wenn wir die ausgebaut haben... Haben wir auch genug Platz für die... Äh, Leute für die Messe. Weil es gehen ja nur Städter in die Kirche. Dörfler gehen nicht in die Kirche. Ein Holzfäller findet keine Bäume mehr. Na, die werden nachwachsen. Das ist auch nicht so wild. Ja, theoretisch könnten wir den Bereich hier für eine Weizenfarm nutzen. Und ja, wir müssen das Holz hier in Beschlag nehmen. Dazu müssen wir das Territorium einnehmen. Dafür bräuchten wir dann... Geld. Ja, er holt das Holz hier halt nicht. Oh, hier sind Löwen. So. Dann läuten wir mal zur Messe. Kommt, meine Kinder. Kommt und pilgert. Gebt mir mein Kippie euer Geld. Ja, das Territorium würde ich gerne noch einnehmen, bevor wir dann einen Cut machen. Stellen wir dafür mal den Speed hoch. So, jetzt wird Geld eingesackt. Auf euren Befehl. Sofort. Auf euren Befehl. Oh, und wir kriegen auch einen Rank-Up. Alles klar. Alles klar. Applaus tut gut, aber ein Titel wäre die bessere Anerkennung. In den Kampf. Mit einem Lied auf den Lippen werde ich für euch in die Schlacht reiten. Zum Angriff. So, sind wir mal die Lippen los. Verstanden. Ja, baut eure Siedlung auf, schützt sie mit deiner Stadtmauer und werdet Barbrun. Barbrun sind wir schon mal. Und der baut. Ja, wie wir hier zu machen, ist noch die gute Frage. Wir haben ein Territorium eingenommen. So, dann können wir hier noch abriegeln. Jetzt müsste der Holz, müsste der Holz wieder sehr schön viel Holz haben. Gut. Ja. Schnell speichern. Und da gibt es jetzt erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich. Bis gleich. Ja.